Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Fehlerbehandlung in Spring Boot. Man kann da sicher noch viel, viel mehr machen. Ich zeige das jetzt auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Wozu brauchen wir überhaupt Fehlerbehandlung? Dazu zeige ich Ihnen ganz kurz eine kleine Demo. Also, ich habe hier in mein IntelliJ einen Endpunkt eingebaut, wo ich einen Fehler produzieren kann. Und der schmeißt einfach eine Null Pointer Exception. Um einfach mal zu zeigen, was Server Intent schief gehen kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was IntelliJ aus so einer Null Pointer Exception am Client macht. Wenn ich einen Get-Request mache auf Fehler und 1, dann kommt eine Null Pointer Exception. Schauen wir mal, was jetzt das Default-Verhalten ist. Sie sehen, IntelliJ liefert hier schon eine ganze Menge. Er sagt hier Status 500, Error ist Internal Server Error, Nachricht ist keine gekommen. Was schade ist, eigentlich hätte dieses so ein Pech. Das hatte ich ja in der Fehlermeldung dargestellt, man hätte hier eigentlich mit rüberkommen können. Und ergebt hier noch einen Timestamp mit. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, aber vielleicht wollen Sie diese Fehlermeldung aus verschiedenen Gründen customisen. Grund könnte sein, IT-Security-Gründe, dass Sie vielleicht nicht irgendwelche internen Server-Informationen rausgeben wollen. Vielleicht wollen Sie aussagekräftigere Fehlermeldungen haben. Möglicherweise wollen Sie auch noch mehr als einen Timestamp als Correlation-ID drin haben. Dass Sie also zum Beispiel von dieser Fehlermeldung hier in dem Request Rückschlüsse ziehen können auf einen Eintrag an der Log-Datei, wo Sie noch Details finden können. Jetzt versuchen wir mal, Fehlerbehandlung einzubauen und vorweg ein bisschen Theorie dazu. Also, warum müssen Sie überhaupt Fehler behandeln? Na ja, in Ihrem Source-Code können Fehler auftreten, die Sie jetzt nicht so einfach an den Client rückmelden können mit Ergebniswerten. Also, manchmal ist ja irgendwas schiefgegangen. Häufig genug sehen wir da so einen 500-Internal-Server-Error und schließen daraus, dass der Server abgestürzt ist. Am Ende des Tages deutet das auf eine Runtime-Exception hin, die irgendwo im Server geflogen ist. Und Spring Boot macht uns daraus, habe ich Ihnen gerade schon gezeigt, so ein Status-Code 500 und so ein paar zusätzliche Status-Informationen als JSON-String. Und das wollen Sie aber gegebenenfalls customisen, vielleicht wollen Sie darauf Einfluss nehmen, vielleicht wollen Sie eine schönere Fehlermeldung haben, vielleicht wollen Sie zusätzlich Attribute drin haben, wie eine Correlation-ID oder weniger Informationen drin haben. Zum Beispiel wollen Sie vielleicht nicht alle Details veröffentlichen, weil möglicherweise dann irgendein Angreifer mehr Informationen über einen Server hat. Deswegen brauchen wir eine zentrale Fehlerbehandlung möglichst. Schön ist jetzt, Spring Boot oder das Spring Framework im Allgemeinen hat, schon seitdem es das eigentlich gibt, versucht das Konzept der aspektorientierten Programmierung an einigen Stellen umzusetzen. Ich gehe jetzt hier nicht mehr auf die Details der aspektorientierten Programmierung ein, weil es so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Vielleicht grundsätzlich die Idee ist, Sie haben die Möglichkeit, einen Codeschnipsel an verschiedene Stellen des Source-Codes gleichermaßen dran zu hängen, wie das sogenannte Weaving. Und das zeige ich Ihnen gleich auch bei einem Beispiel. Also, die aspektorientierte Programmierung war gedacht als Ergänzung zur objektorientierten Programmierung. Also, man kann nicht rein aspektorientiert programmieren, sondern es geht immer um objektorientiert plus aspektorientiert. Also, das ist nicht eigenständig nutzbar, soweit ich weiß. Und Sie können den Kontrollfluss von einer normalen Anwendung über Aspekte unterbrechen. Das heißt, Sie können in den normalen Kontrollfluss einer Anwendung über aspektorientierte Programmierung noch teilweise eigene Methoden und eigenes Verhalten reinhängen. Und zwar relativ flächig. Und damit setzen Sie diese typischen Cross-Cutting-Concerns um. Also, Funktionsumfänge, die Sie an verschiedensten Stellen verteilt im Source-Code brauchen. Also, wo Sie nicht die eine Stelle sagen können, da wird es aufgerufen, das war es. Oder Sie bei Authentisierung zum Beispiel, dass Sie an einer Stelle beim Eintritt an den Server einmal authentisieren, das war es. Sondern vielleicht müssen Sie an verschiedensten Stellen was machen. Beispiel ist Transaktionssteuerung. Sie wollen vielleicht bei jeder Server-Methode eine Transaktion aufmachen und bei Verlassen die Transaktion wieder schließen. Also, so ein Begin-Transaction-Commit sagen. Und das ist wunderbar, über so einen Aspekt zu machen. Sie können sagen, also für diese Methoden oder für die Controller sollen alle Methoden transaktional sein. Und das kann man wunderbar als Aspekt orientiert machen. Das ist kein Aspekt, aber man kann es aspektorientiert machen. Logging zum Teil. Also, wenn Sie so ein Trace schreiben wollen, sagen Methode betreht, Methode verlasst, das können Sie sehr einfach. Realisieren damit. Oder Autorisierung, dass man sagen kann, bestimmte Methoden dürfen bestimmte Rollen verwenden. Also, bestimmte Rollen dürfen bestimmte Methoden verwenden. So was geht. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. In Java gab es eine Zeit lang mal das Aspekt Jade. Es ist inzwischen irgendwo in Eclipse untergegangen. Als alternative Implementierung. Spring Boot hat, soweit ich weiß, eine eigene Implementierung von Aspekt orientiert der Programmierung. Und wir haben, wie gesagt, diese Spring Framework Variante. PHP hat das auch umgesetzt, beispielsweise als zweites Beispiel im Flow Framework. Mit ähnlichen Konsequenzen, wie wir das bei Spring Boot machen. So, wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt gleich am lebenden Beispiel. So, wir sind hier in IntelliJ. Ich habe jetzt den Source Code so ein bisschen besser auf eine Package Struktur verteilt. Das kann man noch besser machen, natürlich. Und ich habe jetzt hier einen Global Exception Händler spendiert. Der Global Exception Händler hat hier, ist gekennzeichnet als Controller Advice. Das Advice heißt, das ist Source Code, der für bestimmte Mengen des anderen Source Codes gilt. Ich kann also hier sagen, zum Beispiel für nur meinen Projekt Controller soll das Ding gelten. Nur da ist der gültig. Aber man kann sozusagen hier verschiedenen Funktionsumfang auch auf eine Menge von Controllern oder auf allen Controllern gültig werden. Also das wird sozusagen so quer als Querschnittsfunktionen überall drangehängt. Und wie geht das dranhängen? Das sehen Sie hier. Ich kann hier sagen, ich kann einen Exception Händler kennzeichnen. Ich kann dem hier sagen, auf welche Exception er hören soll. Ich sage jetzt hier zum Beispiel Optimistic Log Exception oder hier einfach die Exception. Jetzt hänge ich mal wieder rein, das war jetzt nur zur Demo rausgehängt. Und das heißt, diese Locking Problem wird immer dann aufgerufen, wenn irgendwo eine Exception vom Typ Optimistic Log Exception geworfen wird. Also immer dann, wenn eine Optimistic Log Exception geworfen wird, dann fängt diese Methode Locking Problem das auf. Und dann wird die ausgeführt. Vielleicht ganz kurz zum Methodenverlauf. Ich habe es hier, erzeugt mir hier so eine YuYuID und mache dann irgendeine sinnfällige Nachricht, wo diese YuYuID vorkommt. Und es war die Idee, dass man diese YuYuID sowohl in die Log Datei schreibt, wie auch an den Client zurückgibt. Das ist, wie gesagt, hier nur ein ganz einfacher String. Das müsste man eigentlich besser machen mit dem Timestamp und einem Return Code. Und in der Response Entity gibt er diesen von mir erzeugten String zurück und sagt, es ist ein Konflikt. Oder hier ein zweites Beispiel. Wenn eine normale Exception kommt, dann ruft er die Methode Problem auf und macht im Grunde dasselbe und macht daraus einen Internal Server Error. So, wenn wir das mal starten, ich zeige Ihnen jetzt mal das geänderte Verhalten. Jetzt habe ich hier dieses Exception da reingehängt. Das heißt, immer dann, wenn eine Exception, eine normale Exception fliegt in der Projekt Controller Klasse, dann wird diese Methode Problem aufgerufen. Schauen wir uns das mal an, wie sich das anfühlt. Server startet. Ich habe hier noch das Postman offen. Wenn ich den jetzt nochmal laufen lasse, jetzt ist der Aspekt aktiv. Dann sehen Sie jetzt hier Problem. Ich meine, diese Correlation ID, die ich mir ausgedacht habe. Und hier ist auch der Wert von der Exception. Schauen wir uns noch mal kurz an, wie das zustande gekommen ist. Ich habe hier gesagt, ich habe hier gesagt, er soll auf alle Exceptions hören. Und immer dann, wenn die Exception geworfen wird, dann macht er hier als Nachricht Problem diese UUID und die Message. Und hängt hier auch noch ein Internal Server Error dahinter. Und genau das ist hier passiert. Internal Server Error sehen Sie hier Problem und dann die Daten, die Sie gesehen haben. Also jetzt haben Sie sich Ihnen kurz demonstriert, wie Sie so ein eigenes Exception Handling machen konnten. Zweite Demo ganz kurz. Ich habe jetzt hier so eine fachliche Exception noch gebaut. Das ist hier die Optimistic Lock Exception. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ding zustande gekommen ist. Das ist der Projekt Controller. Und zwar habe ich jetzt hier beim Put Request eine Logik ergänzt. Das kann man so machen. Man kann es sicherlich auch schöner noch realisieren. Der vergleicht, liest, wenn man so einen Projektdatensatz ändern möchte, den kriege ich hier vom Client mit To Update übergeben. Er liest den aber auch aus der Datenbank raus und macht als erstes einen Versionsvergleich. Guckt nach, ob der Client überhaupt eine aktuelle Version hat. Und wenn die Client-Version zu alt ist, dann schmeißt er hier die Optimistic Lock Exception. Und jetzt probieren wir das nochmal aus, um uns das Verhalten anzuschauen. Also wie gesagt, er schmeißt hier die Optimistic Lock Exception. Und die Optimistic Lock Exception wird hier als Advice abgefangen über den Error-Händler, den ich hier für die Optimistic Lock Exception vereinbart habe. So, schauen wir uns mal an, wie sich das anfühlt. Gestartet habe ich den Zwerber ja schon. Das heißt, der Code, den Sie gesehen haben, war ein Put Request. Und da kann ich jetzt ein Projekt verändern. Ich sage jetzt hier Projects. Ich habe hier in der Datenbank ist nur Projekt 1 mit der ID 1 drin. Und dem gebe ich jetzt mal das Projekt mit. Das hat jetzt hier noch funktioniert. Also Sie sehen, er hat hier 200 OK zurückgegeben. Wenn ich jetzt hier bei derselben Versionsnummer bleibe und das nochmal mache, müsste der Datenbank intern eine T-Versionsnummer hochgezählt haben. Und dann müsste man einen Konflikt kriegen. Weil jetzt hat die Datenbank die Version 1. Schauen wir uns mal hier, hat das noch an. Vielleicht hat das noch zurückgegeben. Ein Projekt Version 1. Ich schicke ihm jetzt aber in den nächsten Änderungswunsch die Version 0 mit. Und dann müsste es hier eigentlich ein Problem geben. Schauen wir mal, ob er das macht. Und Sie sehen es hier. Er hat tatsächlich Konflikt. Da wieder die Korrelations-ID für die Logdatei. Und auch hier wieder ein paar Informationen, die ich halt in den Errorhändler reingeschrieben habe. Also auch das, die Ausgaben, die Sie gerade gesehen haben, kommt von diesem Exception-Händler. So, mit diesem kurzen Video wollte ich zeigen, wie man so ein ganz einfaches, rudimentäre Fehlerbehandlung macht. Wie gesagt, Sie nehmen das als Advice im Rahmen der aspektorientierten Programmierung. Der Advice bedeutet, Sie hängen an ein gewisses Verhalten des Programmes, sprich in dem Fall geschmissene Exception. Immer dann hängen Sie Ihre Methoden da dran. Und diese Methoden werden immer dann ausgeführt, wenn so eine Exception fliegt. Und so kann man sozusagen für jeden Exception-Typ sich einen eigenen Händler bauen. Mehr wollte ich, kann ich zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.